Hallihallo, hallöhle! Heute reden wir über Dobermann. Dobermann ist ein sehr kultiger Action-Thriller, der jetzt am 17. Dezember neu rauskommt im Mediabook. Und warum das ein bisschen besonders ist und was ich daran ganz gut finde, das erfahrt ihr in folgendem Video. Viel Spaß dabei! So, hallo Freunde des guten Geschmacks! Wir öffnen hier mal schön das Mediabook. Beziehungsweise laut meinen Informationen schimpft es sich Digibook. Da bin ich natürlich jetzt ein bisschen skeptisch, sag ich, wie es ist, ob da jetzt irgendwie eine Mogelpackung drin ist. Denn was ich sagen muss, was mir auf jeden Fall sofort aufgefallen ist, ist, ihr seht als erstes hier ein paar Sachen rausgucken. Also es ist, da sind so ein paar Sachen drin. Es sieht so aus, als wäre da nicht nur ein Booklet drin, sondern als wäre da irgendwie noch eine weitere Booklet oder Poster oder sonstiges drin, was dann hier unten auch so ein bisschen rausgeguckt hat eben in der Folie. Dann, das nächste, was mir sofort aufgefallen ist, ist, man guckt ja mal schnell drauf, welches Label hier dahinter steckt. Es ist im Vertrieb von Leonine. So, und wer erinnert sich, ich hatte in der letzten Zeit einige Leonine-Mediabooks immer mal wieder auch vorgestellt. Das letzte war, glaube ich, das Drive-Mediabook. Und die Größe war natürlich für mich als Mediabook-Liebhaber und Sammler eine Katastrophe. Wir nehmen jetzt hier mal direkt den Vergleich zu der Dobermann-Erstauflage, die ich besitze. Die ist von Capelight, die ist damals rausgekommen und wir gucken uns mal die Größe an. Und das ist eine Sache, Leute, es ist eine ganz normale G2-Größe. Das heißt, wir haben hier wirklich eine normale Mediabook-Größe, auch von der Breite passt das, ist sogar ein bisschen breiter. Und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Des Weiteren steht hier DCM, also das heißt, wir haben Vertrieb ist durch Leonine, Label dahinter ist DCM-Film. Sagt mir tatsächlich jetzt auf Anhieb nichts, ich will es nicht beschwören, ich habe sicherlich auch hier was davon stehen. Aber es sagt mir tatsächlich gerade nichts, zumindest auf Anhieb. Das sind die ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, auch schon innerhalb der Folie. Jetzt ist die Folie ja ab und das nächste ist sofort sichtbar geworden. Leute, wir haben Hochglanz, Sportveredelung. Das Ganze wirkt auf jeden Fall jetzt schon deutlich, deutlich viel, viel hochwertiger als die Ersthoflage. Muss ich leider so mir auch eingestehen. Die ist natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wollen wir gar nicht kleinreden. Aber auch im Vergleich zum Beispiel zu anderen Titeln, die eben in der letzten Zeit so von Leonine vertrieben wurden. Also das ist auf jeden Fall, gefällt mir, sehr gut bis jetzt. Wir haben eben, wie gesagt, ja hier eine Ersthoflage gehabt. Also optisch, wir brauchen die uns gar nicht groß angucken. Ich finde die nach wie vor ganz nett, aber ist natürlich, grafisch ist das jetzt alles im Vergleich zu dem. Hier finde ich jetzt nicht mehr so der O-Bar-Hit. Zudem kommt dazu, dass dieses Mediabook und die Single-Blu-Ray-Veröffentlichung alle schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen super rar sind, aber sie sind out of print. Das heißt, du bekommst sie nicht mehr regulär im Laden, kriegst sie gebraucht. Die Blu-Ray geht irgendwie ab 18 Euro los und das Mediabook beginnt, glaube ich, ab 40 Euro. Gibt natürlich auch deutlich günstiger, aber das ist so, waren halt nicht mehr verfügbar und auch längere Zeit nicht. Gab es dann hauptsächlich nur noch digital und deswegen ist jetzt Dobermann eben rausgekommen. Das Besondere hier aber ist, dass wir über vier Stunden Bonus-Material haben, was meiner Meinung nach schon ein bisschen, das ist schon doll. Ein 20-seitiges Booklet ist auch mit dabei und ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, das kann ich gerade so nicht genau sagen. Ich gehe aber mal davon aus, dass es nichts deutlich verändert wurde bezüglich Bild und Ton. So, wir gucken jetzt mal den ersten Blick rein und gucken erst mal, was hier, warum, wieso, weshalb hier tatsächlich. Wir haben hier ein Poster drin. Ach, guck an. Also das normale Motiv, was eben gerade auch das Mediabook ziert. Meiner Meinung nach gibt es auch keine Diskussion. Wie gesagt, laut meinen Infos ist es ein Digi-Book und auch laut den PR-Infos, aber meiner Meinung nach ist das ein absolutes Mediabook. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wir haben hinten einen Flyer, der ist wahrscheinlich aufgeklebt. Ich gehe davon aus, dass der mit so kleinen Klebepunkten versehrt ist. Ach, aber die entspannten. Ach, schön. Ja gut, die gefallen mir mal ganz gut. Die machen eigentlich keinerlei große Probe... Naja gut, reden wir nicht weiter drüber. Ich habe nichts gesagt. Also Mediabooks sind ja immer quasi Pappe und darüber ist diese Folie drauf. Das ist jetzt quasi... Davor ist die einfach festgeklebt richtig schön und jetzt habe ich die quasi mit dem Klebepunkt etwas gelöst. Geht noch. Aber könnte trotzdem zu Problemen sorgen. Deswegen meiner Meinung nach immer nichts festkleben. Dickere Pappe verwenden. Am besten optimal dicke J-Card drumherum. Die hält dann auch und dann kann man die ganz entspannt abnehmen. Das ist das Backcover. Dobermann, hier der Hund. Also ist jetzt wirklich nur thematisch aufgegriffen, aber gefällt mir sehr gut. Hat keinerlei... Oder? Ne, hat keinerlei Hochglanzspielereien. Hätte jetzt hier die Blutspritze natürlich drauf knallen können. Das hätte ich ganz cool gefunden. Sag ich wie es ist, aber gefällt mir trotzdem ganz gut. Spine sieht ja so, das habe ich eben schon kurz gezeigt, ist auch hier wie gesagt veredelt. Was mir aber auffällt ist, dass es hier ganz viele kleine Macken gibt. Ich würde... Oh, guck mal. Oh, guck mal. Das heißt, es ist ein mattes Mediabuck, aber unbeschichtet. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Ich will mal an irgendeiner Stelle, wo es nicht so weh tut. Ach komm, wir machen hier unten. Also ihr seht hier, da ist jetzt nichts drauf. Wenn ich jetzt mit meinem Fingernagel hier so rübergehe, habe ich sofort hier einen Strich drauf. Heißt, jedes Mal raus und rein. Macht hier auf jeden Fall... Ihr seht das ja schon, es hat relativ viele kleine Kratzerchen drauf. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Finde ich persönlich einfach, weil man kann halt ein Mediabuck nicht so lagern, dass nichts passiert. Also ich könnte es jetzt jedes Mal so auf eine Schaumstoffunterlage packen und halt auch jedes Mal so wieder hochheben. Aber es ist ja utopisch. Das im Regal heißt rein, raus. Das macht sofort einige Macken. Und ihr seht ja, es ist trotz Auspackung ja schon jetzt nicht unbeschadet. Hat dann nachher einen coolen Just-Look selbst gestaltet. Aber man kann das auf jeden Fall... Ich meine, so wie mein Wissensstand ist, kann man es noch eine Stufe höher. Also das ist dann ein ganz bisschen teurer von der Produktion. Aber dann wird es kratzfest veredelt. Also eine kratzfeste Folie drauf gemacht. Ist ein bisschen teurer, aber dafür hat man dann eben nicht mehr diese Probleme, dass wenn man hier mit dem Fingernagel rübergeht, dass man sofort irgendwelche Macken sieht. Fände ich auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Falt sieht man hier, ist relativ gut deutlich. Das ist okay, das gefällt mir. Und so wenn man es bewegt. Es ist jetzt... Es ist schon wieder ein bisschen lockerer. Aber es ist auf jeden Fall jetzt kein... Es ist... Also... Es ist eine deutliche Verbesserung zu den, wie gesagt, zu den letzten Titeln, die ich auch mir angeguckt habe. Plus es ist jetzt kein bescheuertes Mediabook. Also hier hat man sich wirklich Gedanken und Mühe gemacht. So, muss man jetzt einfach mal so sagen. Und der Preis ist natürlich dafür gerade unschlagbar. 22 Euro kostet es, glaube ich, bei Amazon. Ich habe es irgendwo einmal schon für 20 gesehen. 25 ist das Teuerste, was ich gesehen habe. Für den Preis, auch mit der Hochglanzspielerei, mit dem Bonusmaterial und so weiter und so fort. Bis jetzt, mit Poster und allem drum und dran, finde ich das stark. Es gibt aber, wie gesagt, ein, zwei Punkte, die man auf jeden Fall in Angriff nehmen sollte. So, so sieht das Ganze hier. Von hinten aus haben wir auch schon kurz uns angeguckt. Das ist Inhaltsangabe. Hier. Erleben Sie einen Film, der Ihnen das Blut in den anderen gefrieren lässt, der Ihnen den Atem raubt. Wenn Sie denken, dass Sie Nerven aus Stahl haben, kann nur Dobermann Sie eines Besseres belehren. Ja, also der ist schon temporeich. Ist jetzt aber nicht super angespannt, würde ich behaupten. Bis auf eine Szene so. Auf jeden Fall. Es gibt ja die Szene mit dem Kind so. Die ist auf jeden Fall ein bisschen heavy so. Aber ist auf jeden Fall einfach ein sehr temporeicher, auch schwarz-humoriger Film, der wirklich, wirklich Spaß macht. Den ich tatsächlich in meinem ganzen Leben erst zweimal gesehen habe. Und ich denke, es wird Zeit für ein Rewatch. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ist auf jeden Fall dran. Bonusmaterial. Ja, ihr seht, was hier alles drauf ist. Audiokommentar, Audiokommentar. Der Anfang vom Anfang. Special Effects, Dreharbeiten, Storyboard und so weiter und so fort. Also, da lässt man sich auch nicht lumpen. Wie gesagt, vier Stunden. Also, über vier Stunden Bonusmaterial ist ja jetzt auch nicht wenig. Okay, wir sind jetzt hier schon fast durch. Jetzt gehen wir natürlich noch ins Media Book rein. Also, bis jetzt gibt es viele, viele Pluspunkte. Aber leider auch, wie gesagt, die zwei Minuspunkte. Einmal dieses mit den Klebepunkten, muss ich ganz klar sagen, ist bis jetzt ein Minuspunkt. Und eben mit den, ja, dass man es kratzen kann. Wenn wir jetzt hier nur ein, zwei Punkte aufgreifen im Booklet, die ich sonst immer auch ein bisschen kritisch sehe und die hier umgesetzt wurden, dann bin ich schon sehr, sehr, sehr zufrieden und freue mich tatsächlich wahnsinnig. Ich hoffe, ich habe den Tag nicht zu früh gelobt. So, wir haben hier die Disc. Okay, ist der einzelstehende Disc. Hat nichts mit dem Bild hinter den Trades zu tun. Und wir haben tatsächlich hier ein relativ schlichtes Bild, außer diesem Blutspritzer. Okay, kann man machen. Geht natürlich dann so perfekt ins Booklet über, muss man sagen. Aber ist jetzt ja nicht das Gelbe vom Ei. Wir haben hier, oh, ja, 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 ja. Wir haben das Booklet, ist in das Media Book eingetackert. Da bin ich natürlich ganz großer Skeptiker, weil das hält echt nicht so gut. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin inzwischen echt davon, also ich muss sagen, dass ich Geklebte sogar inzwischen besser finde, als komplett reingetackert. Weil ich da mit echt so ein, zwei Negativ-Erfahrungen jetzt gesammelt habe über die Zeit. Aber Nonplusultra brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ist eingewebt, habe ich ja schon mal gesagt. Aber eingetackert ist so, schon sehr. So, wir haben, oh, sehr dicke Seiten. Das ist so, also die sind wirklich hochwertig. Und es geht direkt los über den Film. Bilder, schön mit diesen Blutspritzern verziert. Also schwarz, weiß, rot sind hier die Farben, die sich durchziehen. Bilder sind jetzt hier oben. Wird wahrscheinlich so der Aufbau sein. Könnte ich mir vorstellen, dass das so durchgeht. Und keine Seitenzahlen. Okay, also das Booklet ist relativ unruhig mit den Bildern, die dann auch ohne Konzept und Größen, also wirklich alle möglichen Formate hier reingehen, dass dann das Bild, na klar, es hat halt schwarzen Hintergrund, aber es sieht halt aus, als würde es irgendwie so ein bisschen implementiert sein in dem Booklet. Mit den Blutspritzern und Co. Wie gesagt, macht das das Ganze relativ unruhig. Aber das passt ja tatsächlich eigentlich auch eher zum Film. Mitwirkende, hier sind einmal kurz so die Credits aufgelistet, wer wen spielt. Dann geht es über Vincent Cassel, seine erfolgreichsten Filme und die Biografie von ihm mit Funfacts. Also sehr cool, also sowas finde ich ja immer ganz cool. Wenn du sowas dann nochmal eben zu den Leuten hast, dann geht es um Monika Bellucci mit ihren erfolgreichsten Filmen. Dann geht es um Chiqui Cario, keine Ahnung wie ausgesprochen wird. Chiqui Cario, ihr dürftet mir gerne mal schreiben, wie man ihn, oder dürftet ihr mir, wie macht man das? Schreibt mir mal gerne die Lautschrift, wie man ihn wohl ausspricht. So, dann noch um den Regisseur. Was hat er noch gemacht? Dobermann hat er gemacht? Coco Chanel und Igor. Ich kenne tatsächlich keinen einzelnen anderen Film von ihm, außer Dobermann. Okay, mit ihm endet das Ganze dann. Ich weiß nicht, wer das Booklet geschrieben hat, steht hier nicht dabei. Und wir haben dann hier wieder die, auch eine Blu-Ray drinne mit 18er Logo und auch, wie gesagt, keinen weiteren Veredelung. Einfach schwarzes Bild, Blutspritzer drauf, Trace, fertig ist. Jetzt gucke ich mal, steht hier irgendwo Bonus drauf? Achso, warte mal, das ist die DVD, dann wird das wohl das Bonusmaterial sein, oder? Ne, das macht ja gar keinen Sinn. Dann ist das Bonus, ach, das ist beides mal der Film und dieses Bonus ist jedes Mal mit dabei. Okay, also, ich habe ja eben schon so angesprochen, was ich auf jeden Fall, also mir fehlt natürlich, mir subjektiv, fehlt natürlich, wie gesagt, ein Bild hinter den Trace. Bleibe ich bei, mag ich immer sehr gerne und mache meiner Meinung nach auch so ein Produkt ein bisschen hochwertig. Und dann eben einen Übergang dazu. Was ich tatsächlich sagen muss, ich finde, eigentlich ist es vom grafischen Aufbau sehr, sehr stark. Hier ist so der, die Startseite wirkt wieder dann so ein bisschen lieblos, wie so ein bisschen die ganz alten DVD-Auflagen irgendwie. Ist jetzt nicht schlecht, aber da hätte ich tatsächlich, ich persönlich habe mir subjektiv ganz ein bisschen, also vom Booklet habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Was man hier aber dazu sagen muss, sind, die Seiten sind sehr, sehr hochwertig. Also das ist wirklich gut, Druck ist gut, Farben sind wirklich klar und auch nichts verwaschen, so egal, wo wir rangehen hier. Also das sieht, guck dir das mal an, das hat fast, also, das kann man vom Film nicht sagen. Ich fand, dass der Film mal so ein bisschen rauschen hatte, aber die Bilder hier, die abgedruckt sind, sehen sehr, sehr hochwertig aus. Farben sind klar. Wirkt, wie gesagt, ein bisschen unruhig, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Also finde ich okay. Und nochmal, also es gibt hier jetzt keinen Punkt, den ich richtig, richtig schlecht finde, außer eben das mit der Beschichtung. Das ist so für mich wirklich ein echter No-Go, weil man das einfach, das ist so, das ist so anfällig, das Produkt. Aber ansonsten sind alle Sachen ja rein subjektiv. Bildchen, den Tray braucht man nicht, Seitenzahlen braucht man nicht unbedingt. Dass das hier jetzt festgeklebt ist, gut, da bin ich halt nie ein Freund von, aber das mag den einen oder anderen auch nicht stören. Aber für den Preis, den wir hier haben, also 22 Euro plus minus, ein Mediabook zu bekommen, was wirklich, wirklich viel bietet, nicht nur vom Film, also guten Film, sondern auch vom Bonusmaterial und Co., das finde ich schon echt, das finde ich echt gut. Und wir haben Poster mit dabei, also Preis-Leistung ist hier, boah, ist schon echt stark, muss ich sagen. Hier noch eine Sache, die mir dann immer auffällt bei den Klebepunkten, ich habe die jetzt ja mal abgemacht, man sieht, man hat echt so einen Ölfilm da drauf danach, so einen Fettfilm. Und das heißt, bei Schwarz geht es jetzt so, aber bei ein bisschen bunteren Mediabooks bleibt eben dann auch eine Verfärbung, also bei Schwarz natürlich auch, aber es bleibt eine Verfärbung tatsächlich auch auf den Mediabooks drauf. Also ich bin der Meinung, es spricht dagegen, diese Klebepunkte weiter zu benutzen. Das ist einfach nicht optimal für so einen Mediabook und wenn es dann noch so wie hier nicht extra beschichtet wurde, nee, nee. So, ich muss sagen, für meinen Teil habe ich weniger Erwartungen gehabt, als ich gelesen habe, der linkt jetzt härter, als es ist, aber als ich gelesen habe, der ist tatsächlich auch im Vertrieb von Leonine, war ich so, oh weia, die letzten Mediabooks waren so klein und so, ja, waren schon irgendwie liebevoll, aber haben mir irgendwie nie so richtig getaugt und das ist echt eine Sache, wo ich sagen muss, da wurde sich, also hier ist wirklich viel, viel, viel verbessert worden, viel überarbeitet. Ob das jetzt daher wirklich, ob das jetzt daran liegt, dass DCM mit dahinter steckt oder weil Leonine sagt, ey, wir wollen das auf jeden Fall upgraden, finde ich richtig, richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut, dass hier Sachen eben aufgearbeitet wurden. Wenn das noch mit der Beschichtung verändert wird und das mit den Klebepunkten, dann habe ich gar nichts mehr zu meckern, alles andere ist ja wirklich rein subjektiv. So gibt es von mir die Note 2, vielleicht eine 2-, also das finde ich tatsächlich hier schon sehr wichtig, aber Aufmachung und Co., Optik, gefällt mir, mag ich. Also finde ich auf jeden Fall sehr schön und alle, die den Film noch nicht gesehen haben, schaut ihn euch sehr gerne an, es ist ein sehr temporeicher Film, Richtung, eine etwas rauere, härtere Version von Crank zum Beispiel oder Shoot Em Up oder so, also diese Actioner, die man so in die Richtung kennt, tempolastig überdreht, voll hektisch, teilweise ein bisschen grenzwertig vom Humor, von den Dialogen, aber sehr unterhaltsam. Das war es von mir, ich wünsche euch einen schönen Tag, ciao mit V.